Sie saßen traulich im Haus zusammen, sahen Herbst und Winter vergehen. Das Haus verbrannte, ein Raub der Flammen, nun heißt's, nach der Asche zu sehen. Sie suchen darin einen Edelstein, kein Feuer, das je ihn verbrennt, und sucht man emsig, so kann es sein, daß man ihn wiedererkennt. Doch fänden sie auch nach emsigem Schauen im Schutt das begehrte Stück. Sie findet nie ihr verbranntes Vertrauen, er nie sein verbranntes Glück. Ibsen schrieb dieses Gedicht als eine Vorarbeit zu seinem Drama Baumeister Solnes. Es könnte aber genauso gut ein Gedicht auf sein Drama Nora oder auf Theodor Fontanes Roman unwiederbringlich sein. Sie saßen traulich im Haus zusammen, sahen Herbst und Winter vergehen, das Haus verbrannte, ein Raub der Flammen. In Baumeister Solnes ist in der Vorgeschichte tatsächlich das Haus abgebrannt, in dem das Protagonistenpaar lebte. Hier im Gedicht ist es aber ein symbolisches Haus, das auf eine langjährige Ehe verweist. Irgendein Vorgang legte gewissermaßen die Ehe in Schutt und Asche, so wie in Nora oder in Fontanes unwiederbringlich. Nun heißt's nach der Asche zu sehen, sie suchen darin einen Edelstein, kein Feuer, das je ihn verbrennt. Es wird also angenommen, daß letztlich die Liebe selbst unzerstörbar ist, was auch immer ihr zusetzt. Und sucht man emsig, so kann es sein, daß man ihn wiedererkennt. Die Liebe, so die Behauptung, die sich darin verbirgt, kann also nicht in dem Sinne verloren gehen, daß sie sich in nichts auflöst. Sie kann verschüttet werden und kann demnach auch wiedergefunden werden, wenn man sich darum bemüht. Doch fänden sie auch nach emsigem Schauen in Schutt das begehrte Stück. Sie findet nie ihr verbranntes Vertrauen, er nie sein verbranntes Glück. Interessant, daß hier eine eindeutige Geschlechterverteilung vorgenommen ist, als wenn es nicht auch umgekehrt sein könnte, als wenn es ausgemachte Sache ist, daß der Mann das Haus zum Abbrennen brachte und das Vertrauen verspielte. Auch wenn Fontane in seinen Romanen beide Versionen durchspielt, den Ehebruch durch die Frau in Ephibriest und durch den Mann in Unwiederbringlich, Ibsen und Fontane sind sich offenbar einig, daß Vertrauen vor allem etwas ist, daß die Frau investiert und unwiederbringlich verlieren kann, da das gesellschaftliche Ungleichgewicht ein Ausgeliefertsein der Frau an den Mann bedeutet. Man möchte entgegenhalten, wenn die Liebe wiedergefunden wird, dann stellt sich auch das Vertrauen wieder ein, es sei denn, es wäre wie in Unwiederbringlich. Gerade weil die Liebe eigentlich nie verloren ging, konnte die Frau mit dem verlorenen Vertrauen nicht mehr leben. Hauptsache, ich weiß es, so sehr dijo nicht die Frau. Wie ist das, dass die Frau mit dem Fauzen erh !!! Untertitelung des ZDF-Berscheckschefers, Lissmatt, Lissmatt und zwischen Ferscheckschefers und Ferscheckschefers. Vielen Dank.